Hallo Leute, Willkommen zu Minecraft Pee. Nehme ich zurück zu Minecraft Pee. Machen wir das auch so. Und ich finde mal, ich habe in meine Gegend mal durchgeschaut. Ich finde die einfach mega kacke. Hier einfach ist nichts. Macht gar nichts. Trink mal weg. So, denke ich, wir werden jetzt erstmal diese Hülle ein bisschen und einfach das hier mitnehmen. Ich habe gar keinen Bock auf den Scheiß jetzt hier. Einfach nur die Hülle zu leben. Ich gehe raus in die Welt. Vielleicht finden wir sogar einen Tempel oder so. Mit dem Licht hier verschaffen. Da können wir kein Bett, kein Fleisch. Da kann ich ein bisschen egal sein und da was Tofuwurst essen. Ne, ne. So schuldig. So, ich nicht gegen die Zarya. Wenn wir einmal wieder zurückkommen. Vielleicht ein paar späteren Folgen. Aber ich denke, wir haben alles gepackt. Wir können los. Die Welt draußen. Meist schon. Wow. Es regnet. Auch mega kacke. So. So. Und wir können auf jeden Fall jetzt vielleicht. Ja. Ein bisschen weiter. Ne, jetzt kommt es mal. So. Würde ich auch. Schönen. Das ist die Linzenpattern. Denn ich musste ich mir ein bisschen für die Arbeiten werden. Ich habe gerade auch gejahrt. Das ist die Linzenpattern. So. Ich habe jetzt mal die Jürgenpattern. Das ist ein äh, das ist ein helles Video von der Hashtag-Bippe. Leute, hier sind schon die letzten Sachen, die da irgendetwas kommen wird. Oh, ein Chicken! Ach, Hi! Aber Chicken ist gut. Ja, die Unterstelle ist jedenfalls nur das. Man kann noch nicht sehen, wie das mit dem Essen geht. Ich nehme die Karte, die ich nicht. Ich kann mich nicht sehen, wie das mit dem Essen geht. Aber ich habe nichts mehr als der Wirt. Dann kann ich mir das nicht essen. Dann kann ich später ausprobieren. Das war's für mich. Ich habe mich auf den Rest. Aber jetzt, die Nachfrage, das ist ein Schuss. Ich habe mich auf den Rest. Ich habe mich auf den Rest. Ich habe mich auf den Rest. So, was ist das denn da? Ich ertritte! Ich ertritte! Ich ertritte!